Halli hallo Leute ich bin's mal wieder bei Gamer Emulator. Ich hab grad ein Fahrrad geklaut von irgendjemandem. Das muss ich auch nicht unbedingt zeigen. Ich hätte übrigens noch durchgefallen, das hättest nicht aufnehmen. Doch, mach ich. Er ist übrigens noch, ihr könnt ihn gerne beim Schmatzen zuhören, beim Apfel. Hört man nicht. Oh fuck, ich bin in einem Busch gefallen. Also sowieso keine Ahnung, wer ich bin. Mich kennt ja niemand. Das ist übrigens JoLP, ich verlinke ihn nachher mal in der Beschreibung. Ich hoffe, ich hab eben Leute getroffen, die hatten so ein Fahrrad. Die haben mich aber nicht gekillt, darum... Ich hab halt hier eben schnell das Fahrrad geklaut, aber ich glaub, da vorne sind sie schon. Ich hoffe, die erschießt mir nicht. Ich bringe ihnen jetzt das ausgeliehene Fahrrad wieder. Warum dein Leben? Glaub mir, das tue ich jetzt auch. Es sieht aber nicht so aus, als ob sie das sind. Oder, oder, oder? Haben die eine Waffe? Nein, das sind Zombies. Okay. Ja, ich kenn die... Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, wie man mit dem Fahrrad umgeht. Ich fahr einfach mal drauf zu. Ich muss jetzt mal stellen, ich bin Elektro gewesen. Was machen die Zombies hier? Ich sitze nicht einfach nur rum. Naja, egal. Wenn ich innerhalb der nächsten 5 Minuten nicht kommst, geh ich wieder los. Ja, ich behalte mich. Ich rase schon tüchtig. Nein, schon wieder in den Busch gefahren. Also die Steuerung hier vom Fahrrad ist echt für den Arsch, ey. Okay. Dann wisst ihr jetzt, warum ich mir keinen Fahrrad hier zulegen werde? Bin übrigens fertig mit dem Essen. Ja. Und hat der Apfel geschmeckt? Ja, hat er. Dann ist er prima. So, das war mein Mittagessen. Also... Ja, ich hab noch 12.000 Lieder. 12.000 Lieder. Ganz bestimmt. Ja, ich hab's alles im Blubweudel verstaut. Oh, 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 oh. Hat nicht jeder, ne? Oh, Alter. Ey, Fahrrad ist ja echt genial, ey. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Ich klingel jetzt ein bisschen rum hier. Oh, ich beeile mich schon. Ich rase wie verrückt. Ja... Ich glaube an diese Einbeule, da bin ich schon... Wobei, ich schaue mal auf die Karte. Hast du da irgendwie ne Karte offen? Nee, woher soll ich ne Karte anbinden? Du musst doch ne Karte haben. Na, woher? Hab ich eine gefunden? Ja, kann sein. Ja, hab ich nicht. Ich durfte da nix finden. Ich muss ja auf dich warten. Na, mach mal ne Karte offen. Die kannst du im Internet finden. Okay. Oh, man. Schöne Bromwosk. Und eine gefunden? Warte kurz. Was? Ob die Leute sich jetzt ärgern, von denen ich das Fahrrad hab? Nein, die werden dich lieben. So, ich hab ne Karte, ja. Ähm, schau mal... Auf Elektro... Siehst du das irgendwo? Das ist irgendwo rechts. Ja, sehe ich. Ähm, ja. Okay, dann weiß ich ja, dass ich dir vielleicht entgegen komme. Auf der Straße. Du läufst mal... Auf der Straße läufst du? Nein, könnte ich, wenn ich will. Ja, dann lauf mir mal entgegen. Okay. An der Küste. Ja, an der Küste. Küste! Küste? Hm, ich glaub ich bin richtig hier. Äh, das sieht echt affig aus, wie man hier so auf dem Fahrrad hängt, ey. Aber hat das überhaupt Sprit oder sowas? Keine Ahnung. Naja, das nicht. Doch, doch, doch. Hat das Sprit. Was? Wie kann man gehen und rennen umschalten? Wie kann man was? Gehen und rennen. Gehen und rennen? Wie meinst du das? Na, man kann gehen und man kann rennen. Da kann man das irgendwie umschalten. Achso, mit Rechtsklick. Schön zu wissen. Oh, immer diese Büsche, Alter! Fuck! Nicht, nicht in dem auch... Alter, wo haben die das Fahrrad her? Ich will auch mal so ein zusammenschrauben. Willst du gleich raus damit fahren? Klar, ist das ein... Über das mal ganz an der Küste gehen. Einfach ganz. Ja, ja. Wenn ich gleich jemand umfährt, dann war ich das. Naja, dann hol ich schnell meinen Sniper raus und bleide ich weg. Nein, aber... Da bin ich böse auf dich. Geh ich dir. Richtig, also... Na, lecker. Ey. Alter. Ey, wollen wir mal wecken, die... Die hassen schon meinen Namen, ey. Die spammen gleich meinen Kanal von oder sowas. Genau, die gehen jetzt immer alle Server durch und suchen deinen Namen, sobald sie dich... auf irgendeinem Server gesünder, dann kommt die mit 20 Mann an und suchen dich. Bist dich einer, dann kommen sie alle. Wie die Ameisen. Und, äh, wo bist du jetzt schon? Sarah, ich bin in der Küste. Ich bin bei einem Zombie. Nein! Okay, bei mehr als einem Zombie. Ich brauch Sprit, ich brauch Sprit. Äh, ich bin ganz an der Küste. Lauf da gerade. Siehst du mich da irgendwo? Ob bist du auf der Straße oder ganz an der Küste? Ganz an der Küste. Ich glaube, mir geht gerade der Sprit aus, so wie es ausschaut. Ach, es ist egal, ich renne jetzt ein bisschen entgegen. Jo, ich falle immer so schnell wie es geht entgegen. So, ich bin der Hausmeister und... ja. Müsst du eigentlich noch auf? Ja, ich nimm noch auf. Okay, wie lange willst du noch aufnehmen? Bis wir uns treffen. Bis wir uns treffen? Ich glaube, ich hab nen Platten. Na gut, doch nicht. Besser als ein Steifen, ne? Das Auto stück, du. Ah. Nein, es bleibt eigentlich stehen. Oh nein, ich... ich will weiterfahren. Ähm, bist du durch den Wald gekommen? Nein. Nein. Okay, dann müssen die Strecke. Ich dachte, die ist an der Küste. Ja, meinst du auch. Uah, Zombie! Davon gibt's hier nicht nur eins. Eins, ja, das Zombie, ich weiß. Okay... Sonst all's okay, oder? Ja, sonst all's okay, oder? Ja, sonst all's okay, nur einer. Ich werd echt interessieren, wo ich grad bin. Mich auch, wo ich bin. Ah, der ist immer noch da. 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 Ich steig mal von meinem hohen Rost ab hier. Old Bike. Jetzt geht's wieder! LOL! Nicht da, das Fahrrad wär irgendwie kaputt. Der Sprint-Level. Das fucking Zombie geht mit der Tiere und die Eier. Oh, fuck, ich fahre ins Wasser. Oh, heftig. Also, ich glaub, das dauert noch ne Weile, eh, sonst. Vielleicht ein Zombie los bin? Das dauert noch nicht. Obwohl, da hinten seh ich hier von Elektro wie auch immer diesen großen Kran. Nein! Ich hab' ich festgefahren, Alter! Also, ich seh' im Horizont den großen Kran, würde mal zu was gesagt. Fahr einfach mal zurück nach Elektro, weil du noch mal das Ding heißt. Ich wollt' gerne fahren. Dann rennen halt, niedriger. Erstmal muss ich mich verwenden. Oh, Mann, jetzt fahre ich das scheiß Fahrrad fest, ey. Safe Old Bike. Na, ich beende jetzt mal die Aufnahme durch das, durch den Fail hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's mal wieder heißt. Ja, wir fahren mit Fahrrad. Juhu. Tschüss!